Moin moin moin. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin hier mit dem Barbar, wer ein bisschen leveln, weil er wieder Drop Event ist. XP Event und Warmaster Coins Event. Und ja, hier sind wir zu schwach für Warmaster Coins. Also wir können erst ab Level 50 machen. Und gestern Abend war ich auch ein bisschen zu müde. Ich hätte gestern Abend nach einer Aufnahme machen können. Aber ja, dann wäre die Qualität natürlich ein bisschen schlecht. Weil meine Stimme auch nicht gerade noch so gut ist. Also, hm, hat immer noch dieses Wetter, diese Stürme. Momentan ist die Saprina bei uns, ein Sturm. Auch in Deutschland natürlich und Österreich wahrscheinlich auch. Und ja, das machen wir immer so, weil ich immer sehr oft draussen sein muss, auf der Wiese oder sowas richtig stürmt. Bin ich halt immer wieder ein bisschen angeschlagen von der Stimme her. Aber ok. Jo. Momentan bin ich ja wieder ein bisschen öfters hier unterwegs. Also ich habe jetzt hier, ja, ungefähr von hier bis hier gelabelt in einem Tag. Und, ähm, es ging relativ schnell. Also ich hatte nicht so viel Zeit gestern. Da war auch noch Fußball am Abend, also der FC Basler hat gespäht und deshalb habe ich da nicht so lange machen können. Ah, da kommt wieder ein. Wo ist das? Aha. Seit wann können die Lage eingenommen werden? Seit wann ist das so? Cheat! Also dass irgendwie ein Wächter dort ist. Ja genau, aber 7249 Schaden. Ja klar. Okay, das sind Cheater. Die MVCs sind immer Cheater. Das sind böse Cheater. Ey, ich wusste das nicht. Wieso hat die mir das niemand erklärt? Wir haben irgendwie... Ah, das ist wegen dem Ding. Ah, sag doch, dass es angegriffen wird. Ich bin einfach reingegangen und habe nicht das... Ja klar, dann ist eine Lagerwache dort, glaube ich. Aber es hat niemand gesagt, dass es eine Lagerwache dort ist, wenn das Tor aufgenommen wird. Hm, aber natürlich, ja, die müssen ja auch beschützt werden, wenn sie neu respawnen. Ach, guck mal, ähm, Ding. New... Ähm, ja. New Down Entertainment heißt es, glaube ich, oder? Ja, der neue Entwickler kann ich mir überhaupt nicht merken. Der ist ja nix. Ja, der Drache ist ja auch hier. Ja, sag mir doch mal jemand, der dort. Ich bin sowas von abwesend. Ja, ja. Aber die Syrten können gar nicht mehr so viele Invasionen machen und Drachenwünsche. Ich glaube, gestern Morgen war einer, aber die letzten Tage sonst kein einziger Drachenwunsch. Also es ist schon wieder ein bisschen ausgeglichener zum Glück. Ich bin wenigstens glücklich. Nicht immer wieder abgeknallt zu werden und so weiter. Aber ich tue jetzt einfach hier leveln. Äh, können die Syrten nicht eigentlich gehen von mir. Ich level ab. Ja, so ne, das tut schon ein bisschen. Das ist das Lager, natürlich. Dort oben ist, das wusste ich ja auch gar nicht, oder? Also so... Weißt du, Truppe, wenn uns trottet, kein einziges Nein. Ein Bogen der FIFA haben wir bekommen, überhaupt. Und zwei Gegner. Nicht so aggro Gegner wie... Ich bin zu aggro. Ja, ich bin irgendwie gar nicht mehr so drin in diesem Spiel. Es ist einfach so, dass... Man ja auch nicht viel denken muss. Also das Spiel ist so recht komplex, einfach... Nein, einfach ist, oder? Und ähm... Wenn du da nicht so oft spielst. Was nicht mal diesen einfachen Slang drauf. Äh, irgendwie immer wieder das passieren kann. Also diese Taktik in diesem Spiel zu gross ist. Und da es eventuell bald eine... Fan... Erweit... also... ein Fan-Spiel gibt. Also ist die Rechnung. Einfach besser. Wird es wahrscheinlich da schon... Ähm... Hoffentlich besser sein, oder so. Ich hab da mit dem Entwickler mal ein bisschen geredet. Ein bisschen vorgeschlagen. Macht das nicht so taktisch. Es... Es nervt einfach. Diese Sachen, wie zum Beispiel, wenn man wird von einem... Äh... Wachen direkt erledigt und so Sachen... Ist natürlich... Man hat ihn nicht mal gesehen, oder? Also... Weil er so, ähm... Ein ganz normaler NPC, der... Ja... Bogenschütze ist, oder? So eine... Distanzwache. Und... Das muss einfach erweitert werden. Dachte Spieltempo. Ich möchte nicht stundenlang leveln müssen. Ich möchte richtig schnell Gegner pullen... Und... Und... So kämpfen, oder? Im Stile eines Dynasty Warriors, oder so. Diese... Äh... Chinesischen Games. Wo man so richtig mega Menge Gegner... Pullen kann, und so weiter. So möchte ich dieses Kampfes denn gegen einen Monster. Okay. Andere Spieler. Dann müssen wir dann schauen, wie das am besten geht. So etwas. Aber das ist natürlich nur die... Unity Engine, glaube ich. Ja, das ist nur die Unity Engine. Und das geht wahrscheinlich noch nicht so schnell. Aber so etwas hätte ich da gern. Und... Ähm... Ja, das Projekt heißt Low Rune... Low... Low Rune? Nicht Low Rune. Das ist bei Zelda. So wechsel ich ein bisschen. Und... Ja... Ähm... Dass es einfach... Ja... Deutsche sind, die es leid sind, dieses Spiel zu spielen. Nur... Die Entwickler machen gar nichts mehr fürs Game und so. Das ist ja klar. Jetzt wird viele... Regnum Liebhaber besser erzürnen oder so. Das ist klar. Ich bin ja jetzt auch nicht davon überzeugt, dass ich nur noch dann Low Rune... Low Rune... Low Rune... Spiele. Sondern... Ähm... Beide. Weil eigentlich Regnum ist so einfach bei mir geblieben. Ich spiele es ja schon seit... Äh... Zwölf Jahren immer wieder. Und... Ja... Deshalb denke ich, ich werde beide sehr viel spielen. Aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, es anzutesten. Ähm... Da ich ja auch nicht gerade so unfertige Spiele spielen möchte, weil ich ja sehr... anspruchsvoll bin auf gute Games. Also je besser ein Game ist, desto mehr angesprochen... Also anspruchsvoll fühle ich mich. Und so kann man auch manchmal so ein bisschen diese Kritiken... Ähm... Und Loops... Ja... Loops... Ja... Das ist das Problem, das mache ich nicht so gerne, weil... Sonst tue ich ja Lügen, oder? Also ja... Regnum ist wirklich ein sehr gutes Game eigentlich. Im Hintergrund, also... Ja... Ja... Nein, schon im Vordergrund. Dieses freie PvP... Ist eigentlich so ziemlich top. Genau das, was ich brauche. Wie einer, der nicht unbedingt immer überlegen sein muss und so Sachen, der sagt, ist für mich top. Und... Trotzdem ist es halt auch nicht ganz so gut gemacht, weil man halt echt lange keine Chance hat gegen Top-Spieler. Ähm... Die Items halt sehr weit auseinander sind... Ja... Das ist halt... Was... Was eigentlich... Rechnung braucht, sind verschiedene Warzones mit verschiedenen Levels und Equip-Stand. Was man ab einiger Zeit lang nicht mehr drin spielen kann, wenn man zu stark wird. Dann... Dann hat man auch ein bisschen ausgeglichen. Aber... So ist es halt mega unausgerichtet. Obwohl die Items eigentlich gar nicht so... Wie, wie besser sind. Also in einem Action-Adventure... Und Action-Rollenspiel wie... Äh... Wiegt einfach gar nicht auf das Spiel. Dass man halt einfach irgendwie einfach den Waffentipp... Sorgfältig werden muss und so... Auch die Magie... Und dann hat man einen PvP gegen das Spiel. Aber es... Kostet halt auch ein bisschen Entwicklung. Das kann man nicht einfach so machen... Dass die... Äh... Gegner dann einfach nicht die Wirkung von einem... Mega PvR-Schwert... Äh... Kriegens... Sondern eher wenig... Also eigentlich eine fast gar nichts. Es gibt es eine Heilung oder so... Und mehr auch nicht. Es würde viel interessanter sein. Dass zum Beispiel der Level 30-Karakter dann... Auch ein bisschen eine Chance hat gegen einen über 60er-Karakter... Ähm... Hat die Attribute fehlen und so... Meisterschützenhelm... Okay... Wenigstens etwas... Ja... Wer auch weiss... Pfff... Aber ich habe hier ein Level 58-Item bekommen... Einfach mal ein Verteidiger-Bust... Panzer aus Stahl... Ja... Aber... Die Entwickler machen halt gar nichts mehr... Also was sie jetzt machen ist ja diese Warzone... Diese Insel... Aber... Da wollen die Spieler gar nicht sein... Ich habe keinen einzigen Spieler bisher auf dieser Insel gefunden... Kein einziger Spieler... Und ich hatte ja mehrere... Ähm... Szenen mit einem Kollegen auf der Insel... Also der musste dort ein paar Sachen machen... Also Quests machen... Und so weiter... Leider hat er aufgehört... Ihm war es halt ein bisschen zu langweilig oder zu unnütz... Aber gut... Es ist... Es ist einfach so... Viele Spieler wollen einfach nur das Beste... Oder? Nur bietet Weg nun halt nicht so... Also zum... Im ersten Blick... Aber Dankeschön dass ihr alle... Gut zuschaut... Und... Es ist wirklich mein beliebtes Trick... Auf dem Nintendo-Kanal ist... Also wie auch wie... Aber wie auch wie ist ja klar... Viel viel... Ähm... Mehr wohl nicht sehen... Oder? Also... Es tut auch noch mehr... Spiele an... Äh... Locken... Aber Regen ist wirklich eines... Der beliebtesten Games... Und deshalb mache ich das auch gut weiter... Und... Ihr dürft sagen... Wenn eine Folge kommt... Bitte mach eine Folge... Dann bin ich auch motiviert... Also dann bin ich auch... Dann weiß ich auch... Ich habe jetzt eine Menge Zeit keine Folge mehr gemacht... Jetzt muss ich wieder eine Folge machen... Einfach schneiden... Am besten... So viel wie möglich... Schneiden... Sagen... Was ich machen soll... Und so weiter... Weil ich wäre ja... Dass ihr Spaß habt... Ich muss ja nicht so viel Spaß haben... Wenn ich ja so... Anspruchs... Los bin... Einfach anspruchsvoll... Ja... Das ist einfach... Wie würde ich sagen... Nein... Ich bin ja schon anspruchsvoll... Aber... Ich gönne... Mir echt... Wenig... Also ich will... Nicht unbedingt... Den mega Spaß haben... Wie alle anderen Menschen... Immer wieder brauchen... Oder... Es ist mir egal... Wenn ich jetzt Rechnung zocken... Muss... Wegen euch... Dann zocke ich Rechnung... Wegen euch... Auch wenn es mir jetzt nicht... So viel Spaß macht... Wie andere Games... Momentan... Aber... Ähm... Ich habe auf diesen... Mega Vorfreude... Auf Level 60... Vergegner gehen können... Und... Fort sein nehmen können... Mal ein bisschen ernster genommen zu werden... Und so... Und dann... Mitspielen... Es ist einfach... Ja... Dass die Leute hier... In der Rechnung auch ein bisschen stolz auf mich sein können... Weil ich ja... Relativ... Ähm... Langsamer... Weil ich keinem Geld ausgebe... Also ich habe ja... Hier die... 20.000 ungefähr... 15.000 nur noch... Stimmt... Aber... Die gebe ich nicht aus... Wieso gebe ich die nicht aus? Was sollen wir uns kaufen? Ich weiss nicht... Was wir uns kaufen... So einen Dropbooster... Nein... Noch nicht... So mit Level 55... Kaufe ich mal einen Dropbooster... Rucksack haben wir auf diesen Charakter... Ja... Sagt mir mal in die Kommentare... Was sollen wir kaufen? Habe ich nicht... Ein Reittier... Ein Ding... Tier? Auf diesem Charakter nicht... Aber auf dem Ritter habe ich eins... Also was... Was soll ich mir kaufen? Also so ein Tier möchte ich mir schon kaufen... Die Bonus geben... Aber welches soll ich mir kaufen? Ja... Ich kann es nachher zeigen... Ich habe mich schon gebufft... Ähm... Turtle wäre eigentlich interessant für mich... Weil ich ja eher defensiv sein möchte... Damit ich länger aufnehmen kann... Werden wir im Kampf... Aber... Ähm... Ja... Werden wir ja dann sehen... Turtle... Oder... Oder... Ork... Er ist Schutz weg... Turtle... Ja... Mana brauche ich eigentlich auch... Ja... Da haben wir einfach zwei Petzel durch den Schickröten-Skin... Drauf... Aber einer ist... Es ist der eine gewesen... Ach gut... Den bist du doch nicht immer... Ja... 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 Einfach eine Schickröte dabei... Ja... Wir machen heute gar nichts... Kann es kündig... Und fügen es ein... Ja... Wir sind so motivierte Entwickler... Wir machen so geil das Spiel weiter... Wir entwickeln das Spiel... In der Pflichtgeschwindigkeit weiter... So eine pro Jahr... Ein kleiner Patch... Mit nicht mehr neuen... Änderungen... Mehr Bugs... Und so... Ja... So ist es auch nicht... Aber... Ähm... Schon schlimm... Ja... Entwickler machen wirklich gar nichts von uns... Deshalb ist ja eben... Dabei... Ein wirklich fleissiger Junge... Der... Eigentlich... Ach man... Geht... Ah... Das Scheiss... System... Wie kann man einfach Sachen nicht abbrechbar machen? Was geht denn ab? Der kommt nicht drauf... Also... Mann... Das sind einfach... Die Spiele sind manchmal einfach so... Was von... Computer gesteuert irgendwie... Das ist so etwas... Ähm... Ja... Wieso greifen sie Leveler an? Wenn sie doch sehen... Es levelt hier... Und dann sollten sie die nicht angreifen... Ich werde das auch machen... Dann levele ich schneller... Ja... Ich levele nicht so schnell... Aber... Nein... Ich mach's nicht... Das Spiel zwingt einfach einen... Dass man als Leveler... Immer wieder sterben muss... In den blöden... Boah... So und Sachen... Das... Also das... Das muss ich einfach mal... Richtig sagen... Das geht einfach gar nicht... Das ist einfach so doof... Dass man halt immer wieder in Gefahr ist... Und so... Einfach nicht mal locker leveln kann... So richtig... Scheisse... Ähm... Damit jemand eine andere angreifen kann... Und dann noch eine Wurst rum... Das muss unbedingt so sein... So Features... Die... Ich jetzt glaube ich auch weitergebe... Zu dem... Der das neue Spiel entwickelt... Und... Ähm... Ja... Das ist wirklich... Schlimm... Also ich merke gerade wieder wie... Nur irgendeinem einzigen Jäger... Oder so... Jägerschütze... Schon wieder so genervt bin... Das... Ja... Ich wette der sucht mich... Und findet mich... Das ist... Das ist hundertprozentig so... Weil die Spiele einfach... Nichts einem gönnen... Einfach... Totale Feinde sind... Ich glaube die Syrten sind extremst... Feindlich gegen die Eisen... Die wollen natürlich jeden Kind... Aber wir Eisen sind wahrscheinlich auch so böse... Also... Ich merke einfach... Ja... Läuft man durch... Weil man zum Beispiel zum Binden muss... Zieht ein Syrte... Er greift an! Er... Er kann währenddessen... Sich vom Pferd... Also vom Reit hier... Absitzen... Und dann noch schiessen... Weil er so mega Reichweite hat... Der Schütze... Und... Das geht halt einfach gar nicht... Das hat man sich schon unterbunden... Früher konnte man... Die schnell vom Pferd... Und dann so oft angreifen... Das wurde ein bisschen unterbunden... Aber noch viel zu wenig... Also die Entwickler sagen... Ja... Komm... Machen... Nerven wir das ein bisschen... Aber viel zu wenig... Also... Der Babar... Wurde 200 mal genervt... Und 200 mal... Zu wenig genervt... Also... Jetzt haben wir wahrscheinlich immer noch... Vorteile... Wenn wir jetzt den Babar weiterspielen... Ich weiss es nicht... Aber so wie... Gewesen habe... Im Discord-Forum... Ist der Babar... Immer noch mega überlegen... Und auch der... Ja... Der Schütze nicht so wegen dem... Nicht so hohen Damage... Aber der... Mega Reichweite... Wie oft bin ich schon von wegen einem Schützen gestorben? Wenn die so 200 Meter schiessen können... Haha... Das ist einfach unglaublich... Oh... Ja... Hexenmeister natürlich... Und... Und Dinge... Beschwör... Eigentlich ist aber ziemlich jeder Charakter... Auf eine Art... Mega OP... Das sollte eigentlich ein bisschen... Genervt werden... Das einfach... Die verschiedenen Vorteile einer Klasse... Genervt werden... Und... Die Nachteile ein bisschen... Ja... Unterstützt werden... Auf irgendwelche Art... Aber ich bin halt eben nicht so... Erfahren... Also... Ich schaue immer wieder drüber... Diese... Ähm... Verbesserungswünsche oder so... Aber... Jetzt gut merken... Könnte ich alles... Was genau gemacht werden muss... Also... Baba... Ist halt recht schnell beim Gegner... Und macht dann immens Schaden... Das ist klar... Okay... Gut... Hat er uns von uns... Äh... Das nicht... Ja... Hat wahrscheinlich aufgegeben... Weil er gemerkt hatte... Ja... Ja... Das ist auch immer gut... Wenn man... Nicht hoch schießen kann... Weil... Eine Unsichtbarwand... Äh... Ist... Oder einfach... Weil wir ja so ein bisschen... Schon drinnen waren... Konnte er nicht schießen... Weil... Weil er dann durch den... Durch die Erde schießen könnte... Das kann man übrigens... Also... Durch Burgmauern... Und so kann man schießen... Wenn man es richtig anstellt... Aber... Ja... Hat uns immerhin nicht getroffen... Mit seinem... Stunts vor allem nicht... Und so... Stunts ist auch etwas... Was man halt eigentlich... Extremst nerven müsste... Es anders... Gönnen würde... Den... Den Magiern... Und den... Schützen... Und so... Vor allem den Jägern... Ähm... Dass man da auch... Irgendwie das macht... Also ich denke... Von den Deutschen kommt viel mehr... Vor allem von diesem... Einen... Äh... Joshua... Glaub ich... Ja... Wer Infos will... Kann ich gerne mal... Ähm... Ja... Das dazu... Ja... Ich gebe einen Discord Link am besten... Mal in... Die Videobeschreibung... Gell? Ja... 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 Also jetzt haben wir mich echt viel gemacht... Durch den... Ex-Bus zum Login-Bonus... Was haben wir gehabt... Im College momentan... Oh... Jetzt ist mal ein gelbes... Das erste gelbe Item... Seit langer Zeit... Das ist sogar sehr gut... Also... Sehr gut... Für mich... Nützlich... Für den... Ritter... Weil der ja noch gar kein gutes Schild hat... Ja... Ich make einfach so... Ich habe ja dieses Stone Shard jetzt angefangen zu Let's Play, weiss... Ja... Aber ein super System ist und so... Es macht tausendmal mehr Spass als Regnen... Aber es ist noch so wenig in Entwicklung gewesen... Einfach das Kampfsystem ist ein bisschen interessant... Ja... Diese leeren Laufphasen müssen weg... Und dann geht's jetzt... Da bin ich auch wieder weniger... Äh... Ja... Verwöhnt... Also weniger... Gelangweilt vom Spiel... Von wegen der... Die Spiele dauert, oder? Ja... Ich spiele halt auch viel, oder? Die Spiele sind jetzt 1100 Stunden... Ähm... Nur auf Steam... Und ich habe ja sehr spät mit Steam angefangen... Spielen... So... 15... 15... Seitdem habe ich ja nicht mehr so viel gespielt... Okay, schon... Meistens nur gelevelt, oder so... Schade, dass ich damals ja den... Account, den Charakter verloren habe... Und... Ähm... Den einen wurde ja gebannt wegen Multishap... Also... Ja... Multi-Account... Das war klar... Hätte ich nicht machen sollen... Und... Äh... Ja... Dann habe ich wieder Neuen gemacht... Ja... Wir müssen ja spielen, oder? Und er wurde bis jetzt noch nicht gebannt... Muss ja auch nicht gebannt werden... Ich spiele ja nicht mehrere... Accounts... Aber... Ich habe doch keinen Bock... Die ganze... Passwort und die E-Mail... Ich habe ja E-Mail gewechselt... Und so... Konnte gar nicht mehr das Passwort... Äh... Rausfinden... Und so... Aber das meiste war wegen Gamigo... Also dass die wirklich auch... Ähm... Da Probleme gemacht haben... Und deshalb habe ich auch die Lust verloren habe... Und sonst irgendwas... Manchmal... Oder eben auf den Account verloren habe... Den ersten... Aber das ist so eine Sache... Es sollte viel einfacher sein... Dass man wieder auf den Account kommt... Als die ganze Zeit E-Mail bestätigen... Äh... Capture Code eingehen... Und so Sachen... Geht wieder nicht... So... Hm... Ich bin einfach mega... Ähm... Motiviert... Jetzt Level 60 zu sein... Und... Items zu farmen... Und Dungeons und so... Aber ich glaube... Die Dungeons werden... Momentan gar nicht so oft gemacht... Müssen wir dann schauen... Ob wir... Den zeigen können... Oder so... Hm... Einen... Ne... Einen Clan kann ich auch wieder gebrauchen... Für den Baba... Aber... Ähm... Saugraut ist scheinbar immer noch voll... Hm... Mist... Kräilin... Oder wie es heißt... Wie er heißt... Jaja... Komm jetzt heil dich endlich... Aber es ist gut, dass der Baba ein bisschen Live Leech... Und Mana Leech bekommen hat... Durch zwei Passive... Aber da muss man ja auch... Scannen können... Oder... Also beim Schwert ist glaube ich Mana... Und beim Schwert ist... Ähm... Ach... Ja... Der zweite Passive Buff... Und das ist schon nett... Aber es ist viel zu wenig... Hä... Wo sind denn die Monster? Ich habe alle ausgerottet... In... In diesem Spiel die ganze Zeit... Zu wenig Monster... Zu wenig Monster... Zu wenig Spiele... Ständig diesen Scheisse weg... Ist jetzt das Teil weg? Ich hoffe der... 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 Das ist weg... Ja... Die Wache... Hoffen wir es... Hoffen wir es... Ja... Wir hoffen uns... Wir hoffen uns... Wir hoffen uns... Ja... Für Level 55... Hater sind Level... 50... 51 Monster... Dieses Item System... Äh... Ich mache ein bisschen Pause... Und dann kann ich weiter... Level... Dann haben wir morgen oder so... In der nächsten Folge... Ein bisschen Höhen krackt... Das hat eher eine langweilige... Eine langweiligere Folge gewesen... Weil ich ja nur... Unsere Gruppen... Ein bisschen... Aber am Abend... Kann ich vielleicht wieder Warzone machen... Kann ich heute Abend eine Warzone Folge eignen... Wenn er... Ja... Dann morgen oder heute abends... Spät noch kommt... Mal sehen... Mal sehen... Für die Gegner du besucht habe... Nun gehen wir am Ende der Folge hier... noch hin... Ähm... Auf schauen ob der weg ist Ähm... Die NPC-Wache Aber ich glaube ich hoffe... immer wenn auf der map zu sehen ist ja noch belagert ist sie da und sobald es weg ist also sobald das symbol weg ist so dieses strich das strich ist er weg hier ja es weg ok aber natürlich es muss genau so ich habe nicht auf die map geschaut am anfang der folge aber ich wusste es auch nicht dass die wirklich eine wache dabei haben ok bei uns im süden der süden belagung einmal habe ich ihn auch gesehen eine wache und das hat man natürlich nicht genau bemerkt es ist auch wirklich so vor allem das lager muss ja irgendwo anders sein nicht hier auf dem vulkan jetzt weiss ich dass das lager hier ist endlich mal ein elfen starb noch schade heute ist nur noch das troppel wenn das samstag sonntag glaube ich schade aber ok jetzt erstmal den krimpel verkaufen gehen und dann noch ein bisschen mehr level bösen pause machen noch eine aufnahme von stone schaden machen dazwischen genau und nochmals ein eisstab jetzt droppt es plötzlich aber mega schlecht level 47 und noch schlecht noch minus attribute darf eieieiei minus bonus wieso gibt es in regnum minus bonus und wieso bin ich jetzt überlastet also ok folge fertig und nächste folge dann wieder mit warzone und dann mache ich wieder eine folge mit aber ich muss vorwärts kommen ich kann das kaum noch schauen die spiele also die zuschauer wollen natürlich nur warzone sehen also es ist klar dass ich da kaum zeit habe aufnahmen zu produzieren weil ich immer wieder langweilig leben muss oder ist nun mal spiel typisch ich würde euch gerne eigentlich immer wieder warzone zeigen aber das ist noch nicht so weit also ich brauche also ein bisschen länger als spiele die mega viel ausgeben da hat zum beispiel ein spiel an eine level 60 score gekauft hat er mir geschrieben und wusste nicht dass man nur ein level 60 charakter glaube ich braucht um sie anzusetzen steht denn das da ein level 60 Hä? Ich dachte, du musst unter Level 60 sein, um die Leute zu gehen. Nein, ähm, steht nicht, hä. Also eigentlich müsste sie gehen. Hast du rechts geklickt? Also ich weiss es nicht, was... Vielleicht ist sie verpackt. Aber wenn 999... Ja, 999.000, das Ximarin, genau. Für 100 Euro scheinbar eine Level 60 Scroll zu kaufen. Wer macht das? Also, ja. Wer sollte das machen? Da musst du wirklich ein guter Fan sein, dass du das gekauft hast. Oder du wolltest einfach alles überspringen, gell? Ja, diese lange Welle. Kann ich verstehen. Ich habe auch solche lange Welle, aber gut. Aber, ja. Das ist viel zu viel. Auch die Reit hier viel zu viel. Ich habe jetzt 9,99 Euro Reit hier gekauft. Einfach 9 Euro, glaube ich. Bei diesem. Und den Feuertiger beim Jäger ist ja geschenkt. vom Weihnachtserwind. Äh, da. Ja. 9 Euro. Oh, haha. Aber manche Leute haben halt auch viel mehr Geld, als sie. Viel zu viel Geld. Kaufen so unnötiges Zeug. Ja, kann ich verstehen. Ich kann sie auch ein bisschen verstehen. Also. Tschüss. Tschüss. Biisa queue. Oh nein.